Was ist der Westermeyer? Natürlich kriegt man schon mal zum Hören, dass der Westermeyer nicht ganz sauber ist. Dass mir das Ziel fehlt. Dass ich doch mal bei einer Sache bleiben soll. Aber Vielseitigkeit ist doch kein Fehler im Lebenslauf. Ich habe wirklich schon fast alles ausprobiert. Bis auf einen typischen 9-to-5-Job. Vielleicht bin ich ja nicht wie die meisten Menschen. Aber vielleicht hat es ja bloß einem Arbeitgeber gefehlt. Der eben auch nicht ist wie all die anderen. Kreativ. Bisschen verrückt. Und doch vielseitig.